Weißt du, die geht auf dem Krankenhausdach, um sich umzubringen. Von dem Krankenhaus. Also dann geht man doch irgendwie da auf die Hochhäuser oder ihr gegenüber. Okay, vielleicht soll ich mich um den Suspekt kümmern. So, kann ich mich hier durchquetschen? Nö, ich muss außen rumlaufen. Warten Sie doch einen Moment, bevor Sie sich umbringen, ja? Hallo, meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LSPDFR mit mir, dem Razor. Wieso müssen Sie eigentlich immer in unserer Anmoderation reden? Kann mir das mal einer sagen? Na egal, wir haben auf jeden Fall jetzt hier unseren wunderschönen Polizeiwagen. Und, ähm, wir haben jetzt morgens, wie vor haben wir gerade? Wir haben jetzt gerade 6.03 Uhr in der Freie. Ähm, ja, ich würde sagen, wir fahren mal auf Streife. Wir haben die Morgengeschicht übernommen. Und gucken mal, was so abgeht in den frühen Morgenstunden von Los Angeles bzw. Los Santos. Äh, ja. So, auch mal, wir haben grün. Wir fahren jetzt mal ein bisschen nach Verkehrsregeln hier, komm. Beziehungsweise halten wir den Spacken da vorne an. Der kommt mir jetzt ja suspekt vor. Guck mal, sie fahren viel zu dicht auf. So. Äh. Wen habe ich jetzt angehalten? Den fordern? Ich glaube, ich habe den hier angehalten, ne? Genau, okay. Guten Tag. Oh, guck mal, sie sind schwarz. Muss ich gleich mal meine Einstellungen, äh, gegenüber Schwarze wieder ein bisschen hier, ne? Denn die Polizisten, ja, haben ja immer was gegen Schwarze. Deswegen muss ich die jetzt ungefähr behandeln. Wie mache ich das denn jetzt am besten? Boah. Das ist wieder so richtig grenzwertig. So. ID bitte, danke. Wir checken mal kurz. Äh, Jake Jensen. Jake. Jensen. Ich will ja echt nichts sagen, ne? Aber wir haben jetzt schon, was weiß ich, wie viele Leute... Wir haben jetzt was, was weiß ich, wie viele Leute kontrolliert. Komm, bei keinem war was. Jetzt kontrollieren wir im Spiel einen dunkelhäutigen Passanten, sag ich mal. Und der hat gegen das Gesetz verstoßen und flüchtet jetzt auch noch. Also, ich will ja echt nichts sagen, ne? Aber ich glaube, Rockstar, beziehungsweise die Macher von der Alice BDFA, haben da ein bisschen was eingebaut. So, was brauchen wir jetzt? Wir brauchen hier, äh, das ist gedreht. So, ein bisschen Support. Bleiben Sie bitte stehen. Hallo. Bleiben Sie stehen. Äh. Nehmen wir mal einen Elektroschocker. Machen wir die Reifen kaputt. Äh, wenn wir das hinbekommen. Wir fahren mal ein bisschen hinterher. Noch hat er ja nicht viel gemacht. Außerdem ein bisschen im Verkehr, äh, Verkehr gefährdet. Bleiben Sie bitte stehen. Hallo. Ich mach mal hier. Oh, jetzt. Jetzt käschen wir den einen. Jetzt haben Sie ihn, oder? Ja, komm, fahr mal vor. Wir bremsen nicht mehr aus. So. Aus dem Fahrzeug. Geh'n wir nach oben. Ey. Geh'n wir nach oben. Oh nein. Ach man, wieso für... Ah. Oder lebt noch. Die Hände nach oben. Wir holen ihn gleich, äh, Paramedics. Kein Problem. Wir holen ihn gleich Paramedics. Da, da können Sie ihre Sorgen. Äh. Ja. So. Der Helikopter sind gut abdrehen, ne? So, wir holen mal hier eben da. Den verhaftet wegen, äh, irgendwas eigentlich. Ach, weil genau, weil sie geflüchtet sind. Und weil sie gegen das Gesetz verstoßen haben. Und jetzt überfahren sie die nicht. Okay. Okay. Nicht bei mir. Nein, 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 nicht bei mir. Du bist nicht bei mir rein. Höh. Wieso ist mein Auto weg? Äh, egal, nehm ich halt das hier. Und welches nehm ich? Haben wir das hier gehabt? Ich weiß es nicht. Gib mal bitte ein Auto her. Ey, in den Patchnotes hieß es, man kann das Autos nehmen. Und fremden Polizisten. Ach, das ist doch scheiße. Nehmen halt das hier. Ah, ne, da ist auch jemand drin. Muss ich mir jetzt ernsthaft vor den Augen der Zuschauer ein Auto spawnen? Muss ich das? Okay, dann muss ich das halt. Äh, hier da. So. Toll, weißt du? Jetzt dachte ich gerade, ich könnte ein bisschen Realismus sein. Ich könnte ein bisschen Realismus sein. Mal an der Tankstelle. So, mal gucken, was da abgeht. Äh, vielleicht nicht, indem wir richtig rum reinfahren. Moment. Wir gucken mal kurz, was in der Tankstelle abgeht. Vielleicht haben wir ja ein paar Leute, äh, was zu sagen. Was sind hier überhaupt Leute? Hallo. Stehen hier Leute? Da ist niemand drin. Oh, aber ein nice Auto. Ich möchte mal die Karriere durchsuchen. Suicide Attempt. Okay, nehmen wir an. Ich möchte nur kurz die Karriere durchsuchen. A pack of AAA Batteries. Ja, okay, alles gut. Wir müssen zum Suicide Attempt. Aber ganz schnell. Wieso möchte ich jemanden diesen wundervollen Tag umbringen? Das ist doch so friedlich. Und, 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 und schön. Und die Sonne scheint. Der Tag liegt noch vor ihnen. Ich brauche fast einen Unfall. Aber das ist ja nichts Neues. Weißt du, warum muss man sich da jetzt unbedingt umbringen? Kann mir das mal bitte jemand sagen? So, noch 500 Meter. Äh, okay. Das Handy da vorne ist ja genau, was ich ziemlich nice finde von dem Ding hier. So, da vorne, irgendwo. Da, ich sehe es schon. Da steht er an der Kante. Da fahren wir hier rein. Da. Ja, 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 ja. So. Äh, wer ist der Verantwortliche hier? Außer der da oben. Äh, da hinten. Du bist verantwortlich für das Ganze hier, ne? Gute Tag. Danke, Gottes. Nee, goodness, you are here. So, jetzt. We need to go up there fast. Ja, wie? Dann geh du mal vor hier. And convince her to not come here. Ach, ist das ein her? Oh, ist das ein her? Come on. Ja, okay, ich bin ja schon auf dem Weg. Würden Sie mir bitte sagen, wie ich hochkomme? Wobei, ich glaube, ich weiß, wie man hier hochkommt. Ich nehme durchs Gestrüpp hier. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Wird egal. Ey, nicht stressen hier. Äh, jetzt lädt er da hoch, du Eumel, Alter. Alter, wieso lädt er da so langsam? Ja, kann man sich ja Zeit lassen, ne? Möchtest du ja nur jemanden umbringen. So, wo steht denn die? Da, okay, da müssen wir noch eins hoch. Lalalala, ja, kein Problem, mach mal kurz, ne? Äh, wieso kommt eigentlich, da unten stehen aber schon Paramedics, glaube ich, ne? Okay, das heißt, die Chancen stehen gar nicht mal so schlecht. Weißt du, die geht auf dem Krankenhausdach, um sich umzubringen. Von dem Krankenhaus. Also, dann geht man doch irgendwie da, auf die Hochhäuser oder hier gegenüber. Okay, vielleicht soll ich mich um den Suspekt kümmern. So, kann ich mich hier durchquetschen? Nö, ich muss außen rumlaufen. Warten Sie doch einen Moment, bevor Sie sich umbringen, ja? Kein Problem. Ja. I want to help you. Tell me what I can do to support you. You are not alone in this. Your family is with you. You are a real psycho. Ja, nicht in die Eins, ne? I want to help you. Tell me what I can do to support you. There's nothing you can do. Okay. Äh, I promise you the way you're feeling with change. Your husband is waiting for you. Don't do it. Okay, wir machen mal drei. Do you think you're funny? He's dead. Oh. You need to come down with me and talk there. You don't have to do this. You don't have to do this. Bitte. You don't know what happened to me. Yeah, then tell me. Tell me. Nein. 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 Ach man. Ich muss mir noch verwundbar machen. Hier so. Aber ich glaube, ich bin disabled. Okay, wir müssen eben runter. Mann, ist es dir gesprungen? Die schlechte Frau, ey. Weißt du? Immer diese Suicide-Menschen, ey. Weißt du? Das macht immer den Alltag schwer. So. Wann geht da ein Polizist nach oben? Weißt du? Da geht ein Psychologen nach oben, aber da nicht so ein behinderter Streifenpolizist. Wer macht das jetzt hier weg? Hallo? Wer ist verantwortlich hierfür? Paramedics, machen Sie was. Paramedics. American Medical Review. Okay. Äh. Hier. Da. Guten Tag. You did all you could. Ja, immerhin. Ja. So, wir brauchen hier eben mal einen Leichenwagen, Mann. Hier ist gar nichts Code 4. Ah, fallen Sie nicht über die Leiche. Äh. Würden Sie bitte... Hallo, fahren Sie bitte weiter. Was, leckt mich doch. Fahren Sie doch weiter, Mann. Hallo. Pass auf, ich will die Karre umparken. So. Hier muss nämlich der... Äh. Hier, der Corona muss hier nämlich agieren können. Copy Dispatch. Guck mal, was sie hier für einen Schaden im Auto gemacht haben, weil die Leiche da liegt. So, wo die... Muss sicherlich unsere Karre. Ähm. Muss ich mir ernst, aber wo steht eigentlich unsere Karre? Leute, da hinten wird gerade jemand umgefahren. Hä? Der Corona fährt die Leute um. Naja, wir lassen es aber mal unkommentiert. Ist ja ein Kollege von uns quasi der Leichenwagen, Mann. Äh. Äh, wo? Ach so, fuck. Unser Auto ist gedespawnt, weil wir jetzt hier eingestiegen sind. Aua. Au. Wieso werde ich eigentlich immer... Hallo. Ey, fahren Sie... Steigen Sie mal bitte aus. Aussteigen. 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 Wo ist der Typ? Ach nö. Wieso geht echt mir alles... Jetzt... Nehmen die Hände hoch. 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 Okay. Auf dem Boden. Auf dem Boden. Alles ist gut. Alles ist gut. Gucken Sie mal, wie schnell das geht. Nein, nicht okay. So, versuchen wir gleich mal eine Mitfahrgelegenheit. Hallo, ich habe mich nicht gesetzt, sollen aussteigen. Jetzt steigen Sie gefälligst aus hier. Mann. Ist ja unglaublich. Jetzt nehmen Sie die Hände hoch. Sie weiten sich ziemlich Respekt durch gegenüber den Polizisten, ja? Ich würde eigentlich nur Ihre ID checken, aber wenn Sie meinen, Sie müssten jetzt hier flüchten, dann werde ich Sie auch mitnehmen. Dann werden Sie uns auch auf die Wache begleiten, ja? So. So einfach geht das hier. Für Sie holen wir auch einen Transport. Ihre Brille könnt Sie vielleicht auch mal neu machen, denn Sie sehen scheiße aus, ja? Ihren Truck muss ich jetzt abschleppen lassen. Gehen Sie bitte... So. Toad truck. Mensch, immer diese Leute... Jetzt verfolgen Sie mich nicht. Gehen Sie weg. So, ihr müsst jetzt nicht abtransportiert werden. Perfekt. So. Mein Gott, was geht denn hier ab? Gut, wir haben hier unsere Karre. Wir, äh... Sind für heute hier fertig. Wir können aber unsere Karre reparieren. So. Fahren wir kurz weiter auf Streife. Die da hinten, die machen ja noch ein bisschen Spülnicken, aber das ist jetzt nicht unser Problem. Und LSBD-First-Responsor ist Crash. Ach, Mann. So, da sind wir wieder. Äh, ich habe jetzt mal die ganzen Plugins neu geladen. Und jetzt geht's wieder. Ich habe ein Gefühl, dass ich da mal Arrest-Manager. Dass wenn wir ein Auto... Arrest... Äh... Ne, Quatsch. Das ist... Ne, liegt nicht beim... Ich glaube, es liegt beim Police Helper. Das meine ich natürlich. Dass wenn wir ein Auto abschleppen wollen, dass dann... Äh... Ein bisschen First-Person. Ah, wieso biegen sie denn ab? Mann. Ja, da. Hier so, Alter. Ohne Spaß. Gibt's doch nicht. Lassen Sie sich bitte hier. Okay. Patrol theft. So, wir kommen da jetzt hin. Irgendwie hier so ein bisschen hier. Okay. Mal hier lang. Wo ist die Tankstelle, Alter? Wieso werden wir jetzt so einer weit entfernten Tankstelle gerufen? Aber ich glaube, ich werde es nie verstehen. So. Oh, wieso leckt das? Okay, egal. Irgendwas hat er gerade geladen. Guten Tag. Oh Gott. Ich dachte, es ist schon woanders. Okay, fast umgefahren. Egal, alles gut gegangen. Puh. About time you arrive. Hey, ich bring dich gleich um mir, ja. The police don't seem to care about me at all. Ja, he hat er mal. A theft is committed to you almost every day. I've been forced to install CCTV cameras. Oh, I've been forced to install CCTV cameras. Please have me and take a look. Will you? I can really make out the vehicles details. So. Kamera. Ja, die Frage ist, kompiert, kompiert die Details aus dem O. Oh, das ist ein Buffalo, oder? Ein Buffalo, Buffalo. Sieht mir nach einem Buffalo aus. Ich bin mir aber auch nicht sicher. Schwarzer Buffalo, sage ich. Ähm, ach so. I can make out the vehicles details from CCTV. It's a black colored. Oh, ja. The last pit was 830CV4. Which thing did they go? They made off in that direction, officer. Na, denn. Fahren wir mal in Code 2. Und gucken mal da oben. Was da so abgeht. So. Also für mich sah es nach einem schwarzen Buffalo aus. Ich kann mich natürlich auch irren. Ähm, so. Da vorne. Oder? Das ist ein schwarzer Buffalo. We have a traffic alert in La Mesa. Okay, scheinbar war es da doch nicht. Dann fahren wir zum anderen Spot. What das is? Jetzt fahren wir nur Buffalos rum, Alter. Ist doch scheiße. So müssen wir hier drauf? Ja, okay. Wir fahren mal doch mit Code 3, dass wir hier mal durchkommen. Aha. So, die Frage ist, fahren wir jetzt rechts? Was sagt die Uhr? Die Uhr sagt zurück. Äh, die Uhr vor allem. Das Navi, meine ich. Wir fahren hier natürlich. Freeway, okay. Wir sind hier durch. Wir haben einen Patrol theft. Jetzt fahren sie mir doch nicht voll in den Weg, Alter. Ah. Das ist also die KI in dem Spiel. Die ist so. Ah. Er kann ja eigentlich nur. Boah, der ist aber ziemlich schnell, ey. Boah, der fährt verdammt schnell. Der hier vielleicht? Nee, das war aber kein Dachfenster. Wo ist es? Komm, gib mir den nächsten Spot. Der fährt echt auf dem Freeway. Das heißt, wir fahren den Freeway einfach mal runter, ohne stehen zu bleiben. Aber mal weiterfahren, weil hier vorne ist nämlich eine Ampel. Da ist ein schwarzer Buffalo. Guck mal, wenn ich sehe, der Kreis ist. Bleiben Sie doch mal, stehen Sie, ungeduldigtes Stück. Genau. So, stoppen Sie bitte. Okay, er flüchtet. Beim Sie stehen. In den Backup. Oder fährt verdammt schnell. Oh Gott, es gab einen Zusammenstoß zwischen Kollegen und Zielperson. Okay, wir machen, wir machen nochmal drehen. Wir machen nochmal drehen. So, wir gehen mal ein bisschen auf den Vorderreifen. So. Steigen Sie bitte aus. Steigen Sie aus oder müssen wir Gewalt anwenden? Scheiben wir müssen wir Gewalt anwenden. So. Dann müssen Sie die Hände nach oben. Die Hände nach oben. Okay, die Hände nach oben. Auf dem Boden. Auf dem Boden. Okay. So. So, Sie sind es verhaftet, weil... Sie nicht pushen wollen. Jetzt beleidigen Sie bitte nicht noch, Officer, sonst kommt noch eine Beleidigung hier dazu, ja? Oh Gott, hier ist wieder Chaos. So, was ist das Problem? Mal das Ding abzuschleppen. Gucken, ob es wieder crasht. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt bin ich mal gespannt. Crashed es wieder? Ja? Hm? Crashed es oder crashed es nicht? Da oben ist der Abschlepper. Kriegt das irgendwie nicht geschissen, glaube ich, hier runterzukommen? Und vielleicht sollten wir ein bisschen aus dem Weg fahren. Moment. Wir parken ja schon die Karre um. Ja, chillen Sie bitte. Wir parken ja schon um hier am Straßenrand. So. Also, ich glaube, am, 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 hier am Police-Ding liegt es dann doch nicht. Dann nimm die Toe-Trucks. Probieren wir es einfach nochmal. Okay, wir fahren mal hier, äh, gehen wir hier auf die Seite. Jetzt fahren Sie doch bitte. Danke. Alter, wo ist denn? Okay. Wie wird es sein, wir machen für heute Schluss. Ähm, wir hatten jetzt zwar einen kleinen Absturz, aber, äh, wir wissen jetzt, wie wir es beheben. Einfach mit neu laden. Den, den Plugins. Ich weiß auch nicht, warum es absturz. Ich meine, vielleicht hat jemand von euch das selbe Problem und da weiß er eine Lösung oder so. Oder weiß er generell eine Lösung, was weiß ich. Ähm, wenn jemand hubt, egal. Ich würde sagen, wir sehen uns in der weiteren Folge von LSPDFR. Bis dahin. Haut rein. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.